Titans! Kommt alle her! Ich weiß, wo die Actionfiguren sind! Hier finden wir die coolsten und aufregendsten Spielzeuge! Äh, wo sind unsere Spielzeuge? Äh, die sind hier irgendwo. Ich sehe sie nicht in dem Irgendwo. Die sind wohl ausverkauft. Ha ha ha! Toymaster! Was machst du denn hier? Was soll denn die blöde Frage? Das ist mein Geschäft! Gut, wo sind unsere Spielfiguren? Die sind bei den anderen langweiligen Ladenhütern. In der Ramschkiste! In der Ramschkiste? Wieso nicht im Actionfigurenregal? Ihr seid keine Actionhelden. Eher Komiker. Und kein Kind will Spielzeug, das für euren Schabernack wirbt. Wer würde nicht super gern mit Echthaar-Robin spielen? Uh, seht mal, wie echt sein Haar ist. Oder mit der eisportionierenden Starfire. Ui, das Yum, Yum, Yum! Und was ist mit dem niedlichen Beast-Boy Baby? Seht mal, es macht ein Bäuerchen. Oder dem echten Burger-Grillenden Cyborg. Nicht essen. Lecker! Und der Kusten aller Spielfiguren, Raven. Der Kopf ist volldrehbar. Die Kinder finden das langweilig. Sie wollen Action-Spielfiguren von echten Actionhelden, die viel Action erleben. Wie die Justice League. Die Justice League ist meine beste Spielzeuglizenz. Die Lizenz für die Spielfiguren für das Autofahren? Nein, Star. Diese Lizenz ermöglicht Toymaster, Actionfiguren nach dem Vorbild der Justice League herzustellen. Oh, kriegen wir so eine? Das ist schon möglich, aber erst müsst ihr mit dem Schabernack aufhören und echte Actionhelden werden. Nur dann wollen die Kinder eure Spielfiguren. Ist kein Problem. Ab sofort gilt, dass Action für uns an erster Stelle steht. Okay, Titans, um an dieser Lizenz zu kommen, müssen wir uns voll auf Action konzentrieren. Ich weiß, wie auf dem Sofa abhängen, Action. Action. Und auf diese Buchaufschlagen. Action. Und auf jeden Fall die das hundvolle Winken. Action. Und die dynamische Blitzel. Ach, es ist sinnlos. Wir werden nie echte Action helden. Leute, drücken wir doch einfach die Action-Taste am Computer. Funktioniert das? Immerhin steht da Action drauf. Mal sehen, wird schon nichts passieren. Wow, seht euch das an. Einfach irre. Und das Gewaltige, was die Größe betrifft. Unglaublich, dass wir sowas haben. Wir hatten nie Verwendung dafür. Äh, Titans? 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 Wow, cool, Kampfanzüge. Wir sollten diese Dinge aktivieren und mal sehen, was sie können. Titans, go! Ich bin online und einsatzbereit. Alle Systeme sind selbstbereite. Die Technik läuft und ich seh' gut aus. Yeah! Seht mich an, voll Heavy Metal, yo! Titans! Jetzt rufen wir Toy Master an. Hurra! Hallo? Sag mal, Toy Master, ist das genug Action für dich? Hi-ya! Zeit für die Action-Helden-Gruppen-Pose! Oh ja, hi-hi. Daraus lassen sich Action-Figuren machen. Herzlichen Glückwunsch, Titans. Ihr habt euch eine Spielzeug-Lizenz gesichert. Macht weiter so, Titans. Dann verkaufe ich eure Action-Figuren. Juhu! Juhu! Action! 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 Action!